Das soll jetzt alles ohne Skript sagen. Gott, warum hat der Holok kein Skript gemacht? Oh, weil er noch nichts weiß davon. Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, das mir etwas Herzschmerz bereitet. Aber ich muss da jetzt einfach durch, Leute. Wir werden zu Ende des Jahres den Elektronik-Shop von EHAIO einstellen. So, jetzt ist es raus. So, und jetzt die ganzen Details drumherum. Also, es war jetzt Corona und Welluntergang und alle Bauteile sind teurer worden. Die coolen Artikel, die ich habe, die richtig tollen Artikel, die auch etwas mehr Gewinn abwerfen wie ein 2-Euro-Bausatz, also ATE-Wall, G'scheiduino, Fume-Tracker. Das sind meine Lieblingsprodukte gewesen, immer schon meine Steckenpferde. Die sind seit längerem ausverkauft, weil die Chips nicht verfügbar waren und jetzt werden sie wieder verfügbar und ich habe die Bauteile und Bausätze neu durchkalkuliert. Ich müsste für ein ATE-Wall-Boat, das aktuell, glaube ich, 30, 35 Euro kostet, müsste ich mindestens 60 Euro verlangen. Ich habe keine Lust dazu, euch 60 Euro aus der Tasche zu ziehen, nur damit ich das Ding gewinnbringend verkaufen kann. Ich tue gern mein Wissen vermitteln, ich tue euch gern zeigen, wie das geht und so weiter. Ich bin Vollzeitlehrer momentan. Das wissen ja die meisten von euch. Ich bin Berufsschullehrer Berufsschullehrer und es bleibt da schon Zeit übrig, nehmend Berufsschullehrer sein. Aber diese Zeit, die übrig bleibt, ihr habt es gesehen, ich habe seit neun Monaten kein Video mehr gemacht. Diese Zeit, die übrig bleibt, die stecke ich aktuell in Shop-Updates, AGB-Updates, Elektro-Altgeräteregister, Verpackungsverordnung, diese Verordnung, Umsatzsteuerzeugs, Steuerzeugs und so weiter. Ich stecke da so viel Zeit rein, dass ich einfach keine Lust mehr drauf habe. Es ist einfach so, dass ich sagen muss, es ist so viel Zeit, die ich viel lieber, wirklich, wirklich viel lieber in zum Beispiel YouTube-Videos stecken würde. Bedeutet, nochmal ganz kurz zusammengefasst, es wird zu Ende des Jahres, also am Ende des Jahres, allerspätestens, vielleicht reißt es mir morgen alles aus der Hand und ich bin komplett ausverkauft, dann gibt es den Shop vielleicht übermorgen schon immer. Aber ich werde den Shop zu Ende des Jahres spätestens, beenden. Es wird zum 31.12. EHAIO in dieser Form nicht mehr geben. Wenn irgendjemand jemanden kennt, der jemanden weiß, der eventuell jemanden kennt, der sagt, wow, cooles Zeug, das kaufe ich dem EHAIO alles komplett gesammelt ab, inklusive Kunden, was auch immer, so firmenübernahmemäßig, dann habe ich auch nicht so wirklich Bauchschmerzen dabei, denke ich mal. Würde man sicher irgendwie eine Lösung finden. Wenn irgendjemand jemanden kennt, der zum Beispiel eine Bestückmaschine braucht, die brauche ich aktuell dann auch nicht mehr. Ich würde definitiv meine Bestückmaschine verkaufen. Sie hat vermeintlich einen Kabelbruch, weil ab und zu zickt sie rum. Also ich muss die ohne Garantie mit vermeintlichem Kabelbruch vergünstigt dann verkaufen. Bestückmaschine, Pastendrucker, Reflowofen, würde ich so wie es ist weggeben. Ich werde aber, was ich definitiv beibehalte, also EHAIO wird weiter existieren, es wird EHAIO weiterhin geben. EHAIO wird aber rein meine Marke bleiben, die ich dann verwende, um YouTube-Videos zu machen. Also EHAIO als Marke bleibt für YouTube da. Ich werde vermehrt YouTube-Videos machen, ich werde vermehrt Livestreams machen. Also es wird EHAIO weiterhin geben, über YouTube, aber es wird einfach den Online-Shop so in der Form nicht mehr geben. Ja, mein Herz blutet, das Kind ist oder wird im Juli 13 Jahre alt. Also EHAIO gibt es seit 13 Jahren. Es lief bisher immer sehr gut, es läuft auch nach wie vor sehr gut. Mein Herz blutet, ich hoffe euer Herz blutet auch, genauso wie meins. Sollte ich, natürlich, ich bin, ich mache das Zeug ja immer schon für euch, sollte jetzt keiner sagen, boah, er kauft mal EHAIO ab oder er kauft mal die Produkte ab. Es ist sowieso alles Open Source, was ich gemacht habe. Ich werde jeden einzelnen Bausatz, alles was ich habe, inklusive Fume Tractor, ATE, weil ganz egal was, ich werde mit Ende des Online-Shops alle Platinendaten, die ich generiert habe, Gerber und so weiter, komplett online stellen. Das heißt, Software vom Fume Tractor, Software vom ATE, weil die gibt es ja eh schon online. Die Gerber-Daten dazu, egal was, ich werde alles online stellen. Wenn jemand von euch also mal sagt, cool, jetzt brauche ich für ein Kinder-Ferienprogramm 30 Würfel, dann kann er die Gerber-Daten bei PCB oder so bestellen. Dann LEDs dazu, Mikrocontroller, auch da die Hex-Dateien, das Zeug werde ich alles online stellen. Also wenn da jemand dann sagt, boah, ich brauche das Zeug aber noch, dann hat er dann die Möglichkeit, das einfach selber zu bestellen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt in den Keller zur Bestückmaschine weinen oder so. Ne, ähm, ja. Ihr seht mich bei den nächsten YouTube-Videos, die jetzt dann kommen werden. Ich habe schon ein, zwei vorbereitet, musste noch fertig schneiden. Und es wird wieder mit YouTube vorangehen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich regelmäßig YouTube-Videos machen kann, weil natürlich jetzt, bis der Shop abgewickelt ist und so, auch noch einiges an Zeit von, einiges an Wasser in ihn runterfließen wird. Vielen Dank fürs Reinschauen und ich freue mich auf Kommentare. Bis bald.